Yo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Tobsen und heute spiele ich mal wieder eine Runde Skill. Einfach mal eine Runde Team Deathmatch, ich drücke jetzt mal auf Schnellstart und drücke noch mehr auf Schnellstart. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir da diesmal eine Runde Team Deathmatch finden. Team Deathmatch habe ich übelst lange nicht mehr gezockt. Die letzte Runde, die ich gezockt habe, war auch hier auf dem Kanal. Und die Runde habt ihr ja eventuell schon gesehen, wenn ihr das Gaming-Video gesehen habt. Dann würde ich sagen, drücken wir einfach mal auf OK und hoffen, dass wir keinen Sniper-Map kriegen. Die haben wir nicht bekommen und die Runde fängt jetzt erst an, das ist auch eine gute Sache. Aber wir gehen nachher rein, weil ich wollte auf jeden Fall die Farmers noch einpacken. Das hatten wir ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Und die erstmal hier Waffen reparieren. So, Waffe Nummer C, da Hacker 417, die reparieren wir auch. Und dann packen wir hier in die A, packen wir mal die Farmers rein und zack. So, wunderbar, die reparieren wir dann auch nochmal. Die Pistil auch reparieren und dann haben wir da keine Münzen mehr. Naja, egal, wir gehen dann unter Start. So, auf geht's. Und ich hoffe, ich kriege das Aiming und alles überhaupt hin. Ich bin mal gespannt. Ich meine, man weiß ja von mir, ich bin nicht so der allerbeste Zocker. Aber ich werde auf jeden Fall das Video wieder ein bisschen schneiden. Und es wird diesmal auch, denke ich mal, nicht so lange gehen bei einer Team Deathmatch. Ich weiß es noch nicht. Und meine Maus hängt gerade. Oh, oh, oh. Ah, da kommt voll Seite, Mann. Wir werden sowas von verkacken. Oh, ich war mal so gut. Okay, hier die Ecke ist nie allzu schlau. Sind hier überhaupt noch Gegner? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meter. Okay, unter den Umständen wird die Runde wahrscheinlich ein bisschen lange dauern. Und wir verkacken trotzdem. Oh, Nelly. Fuck, und dann sind wir direkt wieder gestorben. Und wir müssen echt, ich muss echt nach der Aufnahme hier generell mal ein bisschen mehr zocken. Aber ich lade das trotzdem hoch. Ihr sollt auch sehen, wie ich verkackele. Also ist ja nichts Schlimmes, ne? Oh, und da holt er mich. HK4 17. Kriegen wir das dann besser hin? Oh, shit. Was war das für ein Aiming? Und er ist tot. Haben wir ihn gekillt? Ja, wir haben ihn gekillt. Nice. Äh, die Nate war mal total top. Wie kam er um die Ecke? Da hat es einfach nur geleckt bei uns. Mann. Welcome to the Topsin Army Gaming. Oh, nice. Den haben wir nice geholt. Wir dürfen uns jetzt nicht direkt wiederholen lassen. Wo, wo kam er denn jetzt schon wieder her? Oh, von da, Mann. Ja, war 3,5. Ja, komm, wollen wir mal nicht meckern. Oh, wo lauf ich denn hin? Oh, den haben wir noch geholt. Nice. Nice. Wir wurden zwar leider ein Kid, aber den haben wir noch mega, mega nice geholt. Den haben wir auch geholt. Sauber. Ah, fuck. Da habe ich zu spät reagiert. Naja, mach mal nichts. Oh, 8,8. Wir müssen uns nur weiter konzentrieren, dann kann das klappen. Pim. Oh, den haben wir. Oh, wo kam er? Oh, scheiß Sniper. Mann. So, aber egal. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin so der Schlechteste und der Einzige, der was macht. Also so gefühlt. Okay, die anderen sind auch. Und er holt uns direkt wieder mit dem Headdy. Macht er eigentlich nur Headdies? Also ob das ein Hacker ist? Ich weiß es nicht. Wenn er die nächsten drei Kills, wenn er uns dann killt, auch Headdies macht, ist das ein Hacker. Hundertprozentig. Hacker oder ein sehr, sehr guter Spieler. So, den haben wir. Und da kommt er von hinten. Und er hat wieder ein Headdy gemacht. Boah, scheiß. Ohne Witz. Wunderbrochen scheiß Hacker. Ich meine, ich kann es nicht so nachvollziehen sagen. Aber, das ist schon sehr, sehr verdächtig, muss ich sagen. Oh, der holt uns schon wieder mit einem Headdy, Mann. Ey. Was soll man dagegen machen, Leute? Wie gesagt, entweder ist er... Aber nur bei mir. Nur bei mir. Einen anderen nicht. Was ist das denn? Ah, fuck. Und schon wieder. Obwohl ich mich hin und her bewege. Mann. Ah, da haben wir ihn aber geholt. Nice. Oh, nice. Ah, fuck. Und da haben wir echt zu spät reagiert. Ah, kann man nichts machen, ne? Egal, weiter geht's, weiter geht's. 13, 14, gar nicht ganz schlecht. Also, die Leute, die meine Skatern hier... Wir sind rausgeflogen? Sagt nicht, wir wurden schon wieder gekickt. Sagt nicht, wir wurden schon wieder gekickt. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ey, wegen den Lacks, oder was? Ey. Ohne Wisse, das kann doch nicht wahr sein. Es muss echt am Internet liegen. Habe ich zu viele Lacks, oder was auch immer? Ich kann's nicht verstehen. Ey, keine Ahnung. Ja, das, äh... Wir waren eigentlich diesmal gar nicht so schlecht. Ich konnte jetzt nicht mehr genau gucken, wie wir gespielt haben. Da würde ich mal sagen, äh... Was hast du von der heutigen Runde? Ist mal wieder total bescheuert ausgegangen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tobsen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben, da lasst ein Abo, da aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Und tschüss, euer Tobsen.